Das ist eines meiner neuen Instrumente. Das sind eigentlich auch tanzende Eisen, oder? Am Anfang waren wir mit dem Vierspurgerät und das hat dann nicht genügt. Ich habe dann schnell gemerkt, dass man das mit dem Computer machen muss. Dann haben wir auch einen Atari zusammengespart und einen Roland U22, weil wir mit dem 8. Sam das Malen ansteuern konnten. Das hat dann gefangen. Wir konnten wirklich ein Drumset machen. Meistens habe ich alle Rams einen Octave abgetunet, damit es richtig schwer und tief und zu dreckig waren. Und so sind dann die ersten Songs entstanden. Und diese habe ich dann wiederum auf Tape aufgenommen. Aber ich war dann immer etwas enttäuscht, dass sobald es auf Tape aufgenommen waren, dann viel leisliger waren, wie man so schön getönt haben, wie wenn es einfach aus dem Synthi über die Boxen kommen. Ich lebe voll von der Musik, aber nicht von der Musik. Ich habe es in den letzten 20 Jahren über all diese Materialien, die du irgendwo in einer Schrotthalbe gefunden hast. Im Alteisen oder auch im Alltag. Darüber stehst du dich dran, du merkst, es klingt geil. Auf dem Gas kochen die Pfanne. Einmal ein Mikrofon nebenan, und dann mit kaltem Wasser in die Pfanne. Wenn es zischt. Und dann das wirklich über die Mikrofon abgenommen. Es bricht einen Effekt, der nachher in die Breite zieht. Und dann kannst du da super sounds machen. Es ist dann mal ein wenig lauter, mal ein wenig weniger lauter. Es ist dann halt immer so, dass der Live-Charakter und die Leute merken, eh, das ist live. Und jeder findet eh, das Geräusch keine. Also ich habe schon sehr gerne alles, was industriell ist. Also Maschinen, auch wenn es maschinell tönt. Vor allem, oder? Wie mir gerade alles eigentlich voll irgendwie tönt, und wie es sekundär so aussieht, oder wie es wirkt. Bei mir kommt der erste Klang. Und da ist halt dieser schon etwas, etwas sehr vielseitiges, auch etwas Massives. Das ist so das Erste, oder? Man haut einmal aufs Fass. Aber ich habe immer so das Gefühl, das machen das alle, oder? Das Fass ruf zu schlagen. Am meisten dann auch auf Eisenfässern, das sieht man auch mehr, als auf Eisenfässern rum. Plastik habe ich es auch schon gesehen, aber ich habe dann, jetzt hätte so ein, so ein Schlauch hergehängt, und dann kann ich drin rein singen, in den Schlauch, und im Fass drin ist das Mikrofon, und es wird dann, ein ure komisches Abend. So ist das. Und zwar eben, weil die Stimme durch den Schlauch durch schon so, ich weiss nicht wie das genau geht, also die wird einfach ziemlich zusammendrückt, vom Schall her. Die muss sich dort spiralförmig irgendwie in das grosse Fass rein kämpfen, und im Fass hat sie dann doch einen relativ grossen Hall. Es kommen nicht mehr alle Frequenzen an. Eine relevante Kulturförderung wäre für mich, wenn die Künstler etwas bieten, dass ihr, mindestens ihr Defizit, vergütet ihr bekommen. Und zwar nicht in so einer komplizierten Verfahren, wie, du musst dich jetzt anmelden, was du über eine halbe Jahre machst. Weil ein Künstler, der noch keinen Namen hat, der ja nicht heisst, dass er kein Künstler ist, oder das nicht etwas wahnsinnig Gutes macht, ich kann nicht mehr sagen, was ich in einem halben Jahr buche. Es gibt schweige dann noch sechs, oder vier, viele sind da so ab vier, drei, vier, bis sechs, und dann noch in zwei Sprachregionen von der Schweiz und so Sachen. Oder ein Küsse an der Betonwand. Im Moment bin ich einfach ein paar Songs am Zweig machen wieder, wo ich aber noch keine Instrumente dazu habe. Also ich mache auch einfach sonst Songs mit sonst Geräuschen, vorwiegend synthetischen Geräuschen. Möglichst keine Werk-Sounds, also dann mache ich eigentlich die Sounds alle selber. irgendwelche Experimente auf Synthesizer, sei das analoge Synthes oder auch digitale Synthes, oder halt all die Plugins, die du heute hast, oder auf Software-basierte Synthes. Da hast du ja auch wahnsinnig viele Synthes heute, und die haben ja wahnsinnige Funktionen. Da kannst du stundenlang rumgepassten, etwas experimentieren. Und irgendwann hast du einen Sound, und du findest auch, der ist noch cool, und dann vielleicht gibt es einen Song um den Sound, vielleicht auch nicht. Was ich nicht mehr so mache, ist einfach sinnlose Songs. Das habe ich früher nicht gemacht, also wirklich hunderte von Songs. Wenn es mich heute nicht gross reizt, dann speichere ich es vielleicht nicht einmal mehr ab. Vielleicht speichere ich es mal ab, bei irgendeiner Nummer, oder irgendeiner Fantasienabend, und dann wird er irgendwann vergessen, weil mich einfach um alles zu kümmern, die Zeiten sind schon dabei. Da musst du schon sehr etwas Spezielles haben, aber ich finde auch, das schaffe mir die Zeiten. Das mache ich jetzt. Das ist mein Federspiel. Da habe ich jetzt einfach ein Delay, also ein Echo. Da oben. Inzwischen ist es eigentlich ein normaler, Originalsound. Und das schwingt relativ lang. Das ist halt ein schöner Resoranzkörper, weil er hat die Feder in sich. Dasselbe so. 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 Okay. So. Als ein wirkliches Instrument, als fertiges Instrument sind es für Kinosophie bei 25. Aber viel mehr Geräusche habe ich aufgenommen, die ich dann nicht als Instrument nach Hause oder weiterentwickelt habe. Zum Teil konnte man sie dann gar nicht nach Hause nehmen. Das sind 10 Meter hohe Silos oder irgendwie geländer. Auf Baustellen gibt es auch immer sehr viele Sachen, die töten. Das ist ein normales Abwasserrohr, oder? Da muss man immer wieder mit den Feedbacks schauen. Da muss man das auf der Bühne genau einmessen, damit es nicht feedbackt. Und dann schauen, dass man möglichst mit dem Bass an die Grenzen fahren kann. Und dann ist das alles. Die Leute haben mir gesagt, du bist eigentlich weich, oder? Mach doch das Zeugs Playback. Und ich finde wahnsinnig. Das ist weich, oder? Wenn ich es dann vom Playback mache. Also... Ich habe mir das manchmal überlegt, ja, willst du nicht einmal eine saubere Aufnahme machen, auch schon gleich immer das gleiche Mikrofon, das gleiche Hi-Hat. Aber das bringt es nicht. Weil ich mache das vor allem auch eine Session, oder? Dann spiele ich die ganze Sammlung durch und nehme jemanden, und nehme jemanden, und nehme jemanden, und nehme jemanden, zum Besten, die drei, vier Teck, und die wiederhole ich dann. Da gefällt mir der Garage-Tour-Sound. Wie hier vor der Tiefgarage. Ich glaube, der ist es da. Und das ist da. Tiefgaragegardaneigle Und das sind die Mamze zu, Ingegenü OFF Das ist das kein cheese大丈夫 hinter mir immer. Der Daumen Pang verwerten ist real. Und das ist auch nicht klar.